Okay. Fremder. Sprich mit Fremder. Hm. Wo kann ich Club finden? Findet es hier nicht die Frage. Ein Mann muss seinen Instinkten vertrauen. Was weißt du über die schwarze Ziege? Ha, Luther hat also für seine Besorgung eine Luftbosche. Ah, ich bin Grubb und wenn er euch vertraut, so ist mir das genug. Das ist Grubb, ich hab's mir doch schon gedacht. Wo ist die Poesie geblieben? Das ist nur was für die Touristen. Nun hört mir genau zu, mein Freund. Okay. Ah, der ist also gar nicht so bedeppert, wie wir gedacht haben. Ihr braucht Hilfe von Tide, dem Zauberer. Dieser Schlüssel könnte euch von Nutzen sein. Der Bettler gibt dir ein eigenartig geformtes Metallding und zieht sich dann wieder ins Schweigen zurück. Ah, das ist cool. Der ist also gar nicht so komisch. Können wir den irgendwie... Flasche... Drop, bitte, nimm die Flasche. Hat er die jetzt, oder... Ne, haben wir immer noch. Ich wollte ihm irgendwas geben. Ich brauche eure Geschenke nicht. Eure Großzügigkeit ist jedoch lobenswert. Na gut. Ich mag den, der ist nett. So, dann gehen wir jetzt mal... Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen und wir sollen einen Zauberer finden. Wo finden wir den denn jetzt? Ähm... Dominikanerstraße. Die Straße führt hinter einem alten Haus mit verputzten Wänden entlang, welche bereits die Risse des Alters aufweisen. Stille umgibt dich und du fühlst dich beobachtet. So. So. Äh... Achso. Moment. Das war richtig. Hier. Fünf Silbermünzen. Du trägst Glasscherben, Messer, Dietrich. Ach, ein Dietrich. Die Tür ist ja jetzt zu. Können wir... Nichts passiert. Ich dachte, der hat uns einen Schlüssel gegeben. Was hat der uns denn gegeben? Ich dachte, wir können jetzt irgendwie alle Türen öffnen. So ein magischer Schlüssel. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage... Wir haben die schwarze Ziege. Also was ich daraus jetzt schließen konnte, ist, dass wir auf jeden Fall einen Zauberer suchen. Ähm... Okay. Prüberfass, Dietrich. Messer. Und hier ist der Knecht. Jetzt weiß ich natürlich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Hm... Was können wir denn jetzt damit anfangen? das muss uns ja jetzt irgendwo weitergeholfen haben ein Zauberer soll ich finden irgendwie mal wieder ein bisschen überfragt und er gibt uns wahrscheinlich keine weiteren Informationen mehr nicht in letzter Zeit, sein Haus ist am Marktplatz aber es wird gut von den Skoll bewacht ok Marktplatz ist natürlich die Frage, wo ist der Marktplatz? Elsternhof ja dann sollten wir jetzt zum Marktplatz gehen und gucken ob wir da vielleicht irgendwie durch die Tür kommen dafür müsste ich natürlich erstmal wissen wo sich der Marktplatz genau befindet ich kenne mich hier leider nicht aus ich bin neu in der Stadt guten Tag ich bin der Rafinov das hier ist vielleicht ja der Marktplatz sehr gut Tür benutze Dietrich Nein nein ach man leck mich doch Fenster das ist doch der Marktplatz ok weiß er irgendwas sprich hm guten Tag hast du Tide gesehen er verschwand als die Skoll kam einfach verschwunden wie es nur ein Zauberer kann hui ok also der ist ja anscheinend verschwunden aber irgendwie ist er ja doch da das hilft mir jetzt herzlich wenig wie ein Schatten in der Nacht er ist Batman oder so ähnlich hm ach so ich kann Grün nicht sehen so verzeihung meine Dame während ein Mensch vorbeiläuft Fenster äh die Holzlatten sind fest am Rahmen angebracht es ist unmöglich sie zu lösen äh die Tür ist aus einem festen soliden Holz geschnitzt und von der Zeit geschwärzt sie hat eine verrostetes Schloss in Form einer grässlichen halbmenschlichen Gestalt da müssen wir doch bestimmt nochmal später rein stand wo finden wir den Zauberer auf dem Holzstisch türmen sich zahlreiche Gegenstände die keiner deiner Meinung nach jemals haben wollte kaputte Schnallen gesprungene Tonkrüge alte Kämme zerbrochene fleckige Zähne Kartoffeln und etwas das aus Tannenzapfen und farbigen Bändern besteht dann lassen wir das mal liegen weiß der vielleicht ne nein nein ich will den fragen so der Typ der kommt mir so ein bisschen zwielichtig vor weiß der noch irgendwas hast du Tait Gök gesehen nein aber ich vermisse den alten Gauner auch nicht alten Gauner der ist doch er ist ein Zauberer okay und manche scheinen ihn auch nicht zu mögen anscheinend also er hier boah das ist so merkwürdig was hat es denn damit aus sich so wir fragen die großbusige Frau hier mal wieder sprich mit Eilein diese Namen ist es nicht gefährlich zu trinken und dabei zu stricken genau das habe ich mich auch gefragt weil nicht stricken wenn man betrunken ist seht ich kenne meine ganze und ich weiß was ich tue außerdem kann ich besser stricken wenn ich ein paar Gläschen getrunken habe nun gut wenn das so ist hast du Tait gesehen komische Name ich weiß nicht worauf ihr hinaus wollt ich hatte keine Ahnung dass Taits Haus geplündert wurde was äh was es gab dort ohnehin nichts außer diesem altes Buch und stand auch nichts besonderes drin denke ich ja aber oh ihr seid zu schlau für mich durchschaut meine tückische Verschlagenheit und raffinierte List aber wartet nur ich werde mehr als nur Schleue brauchen wenn ihr Selina sie drückt dir ohne auf dein verblüfftes Gesicht zu achten ein in Leder gebundenes Buch in die Hände okay wir tragen ein Tagebuch dann gucken wir uns das mal an äh untersuche Tagbuch Selina hat einen Haftbefehl für mich erlassen ich muss schnell handeln und einen Verwandlungstrank brauen das wird mir helfen diese dumme Skoll zu überlisten wenn sie kommen um mich gefangen zu nehmen werde ich mich ihnen als ihre Herren präsentieren aber zuerst muss ich etwas essen Gewinn gab mir heute ein Rezept dafür schneide eine Zwiebel in Würfel und brate sie in Öl gib roten Pfeffer und eine Auberjine drei Äpfel und ein paar Tomaten hinzu würze mit Salz und Pfeffer und ein wenig Zucker dann lass das ganze 20 Minuten lang kochen es war hervorragend hm das klingt echt gut erstmal aufschreiben ich bin jetzt bereit den Trank herzustellen durch die Hitze wird die Essenz freigesetzt ich habe schon den Destillationsapparat aufgebaut und die Hauptzutaten vorbereitet der Vorgang beginnt mit dem Entzünden des Ölbrenners um das Gemisch zu erhitzen aus einem ihrer Ziehniegel konnte ich das Lebenselixier gewinnen das mir hoffentlich helfen wird mich in Selina zu verwandeln die Wirkung war jedoch zuerst nur von kurzer Dauer und ich hörte Schritte auf der Straße und ein Klopfen an der Tür ah man was hat es denn ich hätte ich hätte gerne noch mehr Informationen gehabt der Zauberer wollte also einen Trank machen um sich in Selina zu verwandeln macht soweit Sinn ja der Knecht ist echt ein Spanner ne aber was kann ich denn daraus schließen wo ist er denn jetzt hat er sich verwandelt oder ich weiß ich geh jetzt nochmal rein aber stechen können wir sie nicht oder geht der denn hin hm hm ah ne ich glaub die weiß auch nichts mehr sprich mit ultra ich bin fremd hier wie du ich kenne nicht tight dann dann eben nicht wo kann der denn jetzt sein wir haben jetzt das Tagebuch können wir vielleicht nochmal zum Schmied gehen oder zu zu dem anderen Typen wer zumindest mal ein Versuch wert vielleicht können die irgendwas mit dem Tagebuch anfangen wo geht's eigentlich hier nochmal lang bing 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 okay wir haben jetzt ein Tagebuch des Zauberers das ist denke ich soweit schon mal ganz gut ist natürlich die Frage was wir damit anfangen ich glaube ich lauf schon wieder falsch ich will jetzt auf jeden Fall einmal zum Schmied und einmal zu dem alten Mann ah ok sind wir schon direkt beim Schmied gut dann gehen wir erstmal zum Schmied vielleicht kann der irgendwas mit dem Tagebuch weiter anfangen aus dem Tagebuch konnte ich jetzt nur schließen dass ach hier ist er schon dass sich der Zauberer einen Trank gemacht hat so macht denn der schon wieder jetzt geht hoch hin so ich habe ihn schon seit Monat nicht mehr getroffen vielleicht halten den Skull gefangen ich wie meine liebste Govin ist das irgendwie seine Freundin oder irgendwie sowas gib Tagebuch kann der vielleicht irgendwas mit dem Tagebuch anfangen so man weiß es eben nicht Fragezeichen so gib Tagebuch so hey Luther warte ja du schaffst es du schaffst es ja ja nein nicht in die Richtung du musst zu dem hier hingehen es geht doch zu ihm hin machen alter die Steuerung so gib Tagebuch ja ah ja Luther bitte nimm das Tagebuch ich glaube er kann damit nichts anfangen nee anscheinend nicht nein danke mein Freund behalte es ach man ich dachte er kann irgendwas damit anfangen ja dann müssen wir auf jeden Fall nochmal den alten Mann fragen das Problem ist ich kann es natürlich auch nicht einfach jeden über das Tagebuch fragen naja so dann gehen wir mal wieder hier lang wenn er denn mal loslaufen loslaufen würde so gut langsam bin ich auch wieder ein bisschen überfragt aber wir sind ja relativ weit gekommen nein was heißt weit aber wir haben jetzt wenigstens ein paar Informationen gewinnen können ding oh Gott ey ich hasse diese langen Wege hier da ist der Knecht so ja gut den Knecht könnten wir ja prinzipiell auch noch irgendwo hinschicken was uns das dann bringt weiß ich nicht ähm so Tür ich meine das Tagebuch das Tagebuch muss uns jetzt irgendwie auch weiterhelfen können schätze ich jetzt mal ganz stark ne jetzt natürlich die Frage zum einen könnte die Gowin hier drin sein im Rathaus gefangen aber auch eben der Zauberer der könnte auch gefangen sein oder er hat sich verwandelt aber ich weiß es nicht ich habe dafür einfach zu wenige Informationen um da jetzt schon einen Schluss draus zu ziehen ein Resümee kann ich noch nicht schließen was geht denn nur hier wieder ab so ich gehe auf jeden Fall nochmal zum äh zur Elstern Schenke und frag nochmal den Typen und dann würde ich wahrscheinlich nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen ich würde gerne gerne ein bisschen würde ich nur aufnehmen aber ähm ja dass ich einfach mal eine kurze Pause machen kann so wir haben jetzt ein Tagebuch oh man ey ich bin nur nachdenklich nicht wundern also was können wir denn jetzt damit näheres anfangen schwupp aufnehmen aufnehmen